Der AMG EQS AMG ist natürlich für uns ein besonderes Projekt gewesen. Es ist zum einen die Verkörperung von Driving Performance, zum anderen aber auch ein Auto im Luxussegment, also eine absoluten Top-Line. AMG ist nun zu uns gefragt, ein Produkt für ihre EQS-EQS, der erste Elektrofahrt war. Sie hatten ein Fahrzeug, aber an alle Herausforderungen und die Herausforderungen, die ein Elektrofahrt war. Zum einen wollten wir hier wiederum unsere DNA wiederfinden, das heißt auf der Straße einen besonderen Grip, eine besondere Sportlichkeit, auch in diesem Segment. Auf der anderen Seite mussten wir natürlich die Reichweite, den Rollwiderstand erreichen, den es benötigt für so ein BEV Fahrzeug. AMG hat uns einieser, sehr viel Vorsicht und sehr beschäftigt. AMG hat uns ein kälierer, sehr entscheidender und sehr herauszufinden. Es hat uns die Anzüge in der Angebeleidung auf die Pläne zu stellen, wir haben unsere Fragen, mit den Engen zu finden, um zu halten, um die EQS-EQS-EQS-EQI, zu haben, die Angebeleidung der Bedingungen der Bedingungen, und auch, ästheterisch, in der Kienne zu bleiben, damit er sich immer in unseren ADN der Mark und der Fabrik von Pilot Sports. Es ist wichtig, dass durch die Pneumatik, wir können die Autonomie des Autos des Autos. Der Pneum wurde mit einer Sculptur und einem besonderen Material, um die Räumen zu reduzieren, um die Räumen und die Räumen zu halten. Zum einen war das besondere Profil des EV sehr wertvoll für uns, um Reichweite und Rollwiderstand zu generieren, den Rollwiderstand zu senken. Dieser Pilotsport EV-Reifen verkörpert auch auf diesem Fahrzeug, weil es ja auch eine AMG ist. Die AMG-typische sportliche Lenkung, sportliche Fahrweise, gute Kurveneigenschaften, gutes Skriptniveau, besonders im Grenzbereich und auch vor allem bei Neste. Es ist ein Pneum, der Sie einen direkten Kontakt mit dem Fahrzeug zu haben. Wir wissen, was passiert ist, wenn wir die Räumen schreien. Wir sehen die Kurve, wir wissen, dass er sich genau wie wir ihn erwähnt haben. Auch dieser neu entwickelte 21 Zoll Pilot Sport EV-Reifen musste unsere Anforderungen in Richtung Haltbarkeit, Richtung Abrieb können und auch bestehend. Mit der AMG EQS haben wir vier Räumen, vier Räumen, viele Räumen, viele Räumen und viele Räumen. Das wird natürlich eine große Herausforderung für die Pneum. Wir müssen also eine besondere Sculpte für diese Fahrzeuge definieren, um diese Fahrzeuge zu erhöhen, um die Fahrzeuge zu erhöhen. und die Fahrzeuge zu erhöhen. Die Herausforderung für diese Fahrzeuge ist, für mich und für alle, das Auto möglichst unauffällig. Also der Kunde muss wirklich wie in einer Wohnzimmer-Atmosphäre sitzen, und muss keine Geräusche wahrnehmen. Eine der Technikenswerte zu den Fahrzeug, ist, dass es nicht grün ist. Es ist oft das Fahrzeug zu dem Fahrzeug zu erzeugen. Das ist ein Pneus sehr performant und sehr silenziales. Der Design des Pneus wurde seit dem Beginn für den grünen und den komforten. Wir haben auch die mousse acoustikale. Grâce zu dieser mousse, wir bekommen eine Ambiance am Bord viel mehr feutrée. Der Pilot Sport EVI wird komplett entfernt, um die Ambiance am Bord zu haben. Es ist wirklich sehr silenzial. Die neue Pilot Sport EVI vereint all die wichtigen Kriterien, die wir bei einem modernen elektrischen Fahrzeug benötigen. Der Pilot Sport EVI wird dem Konduktor der AMG EQS verbrechen und verbrechen die Leistung der Leistung. Der Reifen ist wirklich gut. Die Leute von Michelin haben einen fantastischen Job gemacht. Der Reifen ist wirklich gut, sonst würde er nicht das MO1 als Approval bekommen. Mit der AMG ist es ein langer Arbeit, und wir sind heute gekommen, ich denke, an etwas fantastisches. Mit der AMG. Mit der AMG. Mit der AMG. GENERAL